Der FC Bayern München ist bekannterweise auf der Suche nach einem Top-Stürmer als eine Art verspätete Nachfolger für den Abgang von Robert Lewandowski im vergangenen Sommer. Dass eben genau so eine klassische 9 unabdingbar ist, hat eben auch das jüngste Ausscheiden in der Champions League im Duell gegen Manchester City gezeigt, die eben mit Haaland genau so einen Spieler hatten. Aber zunächst einmal muss man erstmal die Kriterien bzw. auch den Anspruch der Bayern festlegen, denn nach so einer Scheißsaison, die es auch sein wird, wenn man noch Meister wird, hat Bayern denke ich schon den Anspruch einen großen Namen einerseits zu holen, aber auch jemanden, der sofort zündet und seine Tore machen wird. Des Weiteren stellt sich aber noch die Frage nach dem Trainer, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass noch Tuchel im Amt sein wird, aber da ist dann auch die Frage, was möchte er für einen Spielertypen als Stürmer, denn bei Dortmund hatte er Aubameyang, bei PSG hatte er mal Mbappé, mal Neymar und bei Chelsea waren es beispielsweise Havertz oder Werner, also auch alles nicht die ganz klassischen Stürmer. Andererseits ist auch die Frage, wer ist Sportdirektor, wird Salihamidzic noch da sein, falls nicht, dann wird eben genau jener Stürmer, für den man viel Geld ausgeben wird voraussichtlich, der erste Transfer sein für den neuen Sportdirektor, wer auch immer das dann sein wird. Und der muss dann halt eben sitzen, also da ist dann auch ein enormer Druck drauf. Zudem stellt sich dann die Frage nach dem Spielsystem, also hat der Trainer ein Spielsystem und man will einen Stürmer holen, der perfekt in das Spielsystem reinpasst oder holt man sich eben einen Stürmer und baut dann eben ein Team um ihn herum und passt dann halt eben das Spielsystem an den Stürmer an. Und das sind alles auf jeden Fall unklare Kriterien, dennoch habe ich jetzt mal 25 Optionen herausgearbeitet, hört sich zwar viel an, ich werde jetzt einfach von jedem mal den Namen nennen, was er für ein Spielertyp ist und auch noch was für bzw. gegen einen Transfer spricht. Und dann könnt ihr mir am Ende gerne in den Kommentaren dalassen, wen ihr als beste Option erachtet bzw. wer überhaupt Sinn macht oder realistisch ist. Die Reihenfolge ist willkürlich, also schaut euch auf jeden Fall mal jeden an und dann viel Spaß mit den Kandidaten. Marcus Thuram wäre die opportunistische Variante, denn sein Vertrag läuft aus und er wäre dementsprechend ablösefrei von Gladbach zu haben. Er kennt die Bundesliga, bringt eine gute Physis mit und kann die Bälle vorne gut festmachen und ist auch spielerisch auf dem nötigen Niveau. Allerdings ist er für seine Physis nicht der Kopfballstärkste und er vergibt halt auch einige Großchancen. Auch Duschan Flaovic wäre gewissermaßen opportunistisch, denn seit seinem Wechsel zu Juve stagniert er schon so ein bisschen in seinen Leistungen. Und ich denke, falls Juve sich nicht europäisch qualifizieren sollte, könnte er ein Schnäppchen werden und circa für 75 Millionen, also seinen Marktwert, geholt werden. Er ist ein extrem kompletter Stürmer, der alles mitbringt, wenn man ihn wieder zurück in alte Florenzform bringen kann. Zu Jonathan David habe ich schon mal vor einem Jahr ein Video gemacht, ob er zu den Bayern passt. Und ich finde, er passt nun sogar noch besser, hat sich gut entwickelt. Für ihn müsste man halt mindestens 70 Millionen an Lille zahlen. Einziges Manko ist seine Größe mit 1,75 Meter und dass er dadurch halt wenig Kopfballsteig ist. Aber ansonsten bringt er viel mit, gute Anlagen, spielerisch steig. Aber gegen tiefe Gegner wird er dir halt nicht unbedingt die Kopfballstärke mitbringen. Viktor Ossiman trifft wie am Fließband und wäre dementsprechend eine extrem gute Lösung. Bringt alles mit, gutes Kopfballspiel, Konderspiel, kann die Bälle gut festmachen. Einziges Problem ist, er trifft eben nur, wenn er spielt. Und das ist nicht unbedingt oft der Fall, denn er ist extrem verletzungsanfällig. Und dementsprechend fände ich es viel zu riskant, hier 150 Millionen, was Neabel verlangt, zu bezahlen. Harry Kane ist mit 29 Jahren für viele zu alt mit einer Ablöse von 100 Millionen Euro. Meiner Meinung nach kommen Stürmer mit diesem Spielerprofil gerade erst in ihre Prime in dem Alter und können noch lange auf Top-Niveau spielen. Kane bringt wirklich alles mit, ist Lewandowski vom Spielertyp her der ähnlichste aller Kandidaten hier mit riesen Abstand. Und meiner Meinung nach dementsprechend ein guter Fit, der halt viel kostet, dir aber Tore garantiert. Patrick Schick von Bayer Leverkusen ist Lewandowski meiner Meinung nach am zweitähnlichsten vom Profil her. Würde dementsprechend vom Spielertyp her gut passen. Allerdings ist er halt in dieser Saison dauerhaft verletzt. Und wenn er spielt, dann ist er von Pech geprägt, trifft das Tor nicht. Aber wenn man ihn fit bekommt, dann wäre er eine solide Lösung, den man auch für unter 50 Millionen bekommen würde. Randal Kolomouni scheint aktuell der Top-Favorit auf die Stürmerposition zu sein. Frankfurt verlangt wohl ca. 100 Millionen für ihn. Er bringt extrem viele gute Anlagen mit. Allerdings finde ich ein bisschen fraglich, ob er nicht eher zu einer Mannschaft wechseln sollte, die eher auf Konter spielt, wie jetzt Bayern, die schon eher den Ballbesitz haben und gegen tiefe Gegner spielen. Aber an sich wäre es auf jeden Fall keine schlechte Lösung. Zu Rasmus Heulund habe ich erst vor kurzem ein Infovideo gemacht, dass er zu den Kandidaten zählt. Er bringt auf jeden Fall gute Attribute mit, ähnelt so ein bisschen Haaland, aber ist dann doch ein eigener Spieler. Bei ihm fehlt mir allerdings so ein bisschen der Nachweis, dass er konstant auf hohem Niveau performt. Klar, den konnte er noch nicht liefern mit 20 Jahren, aber dann halt 60 Millionen für ihn zu bezahlen, wäre auf jeden Fall ein bisschen riskant. Und ich glaube nicht, dass die Bayern das machen werden. Goncalo Ramos hat diese Saison seinen Durchbruch bei Benfica gefeiert und der Mann ist eine absolute Maschine, ein Killer vor dem Tor. Also der hat wirklich einen kranken Abschluss schon für seine 21 Jahre. Passt auch ansonsten gut, recht Spielsteig und macht halt eben vorne die Dinger. Allerdings wird Benfica ihn wohl kaum unter 100 Millionen ziehen lassen. Und ich weiß nicht, ob der Preis dann gerechtfertigt wäre, auch wenn er natürlich gute Anlagen hat. Evan Ferguson möchte ich zumindest mal erwähnen. Der ist ein Top-Talent, der gerade mit 18 Jahren seinen Durchbruch bei Brighton in der Premier League hat. Aber ich glaube nicht, dass die den zu Bayern ziehen lassen werden für einen gerechtfertigten Preis. Da werden ordentlich Premier League Tags drauf sein, wenn man den verkauft. Und ich glaube nicht, dass er auch Bayern direkt helfen könnte, auch wenn er natürlich ein hohes Potenzial hat. André Silva wäre natürlich auch nur eine Außenseiter-Option. Aber er hat gezeigt für Frankfurt, dass er in der Bundesliga viele Tore schießen kann. Bei Leipzig jetzt nicht unbedingt. Dennoch wäre er halt eben für einen geringen Preis, ich sag mal so ca. 30 Millionen zu haben. Und könnte funktionieren in einer guten Mannschaft, die ihm viele Vorlagen liefert. Aber jetzt auch nur eine Außenseiter-Option. Romelu Lukaku ist ein großes Mysterium. Zum einen, wie viel man für ihn zahlen müsste. Zum anderen, ob Chelsea ihn überhaupt verkaufen möchte. Zum anderen, ob er, wenn man ihn holt, die Leistung bringt. Vielleicht könnte man ihn ja auch laien. Aber das sind alles zu große Risiken, denke ich mal, die die Bayern nicht eingehen werden. Auch wenn er auf jeden Fall die Stärken mitbringen würde, um den Bayern helfen zu können. Vollarin Balogun ist aktuell von Arsenal an Stadras in die Liga A verliehen. Und zerschießt da aktuell alles. Arsenal plant wohl ohne ihn. Man könnte ihn also für ca. 40 bis 50 Millionen bekommen. Allerdings ist er eher ein Typ Stürmer wie Timo Werner. Also nicht, dass er viele Chancen vergibt. Aber dass er halt eben gerne mit viel Tempo in die Tiefe geht. Und jetzt nicht unbedingt den Körper und das spielerische Element mitbringt. Und dementsprechend auch nicht unbedingt kopfballstark ist. Und nicht ganz so gut in eine Mannschaft passt, die viel Ballbesitz gegen tiefe Gegner hat. Kai Havertz wäre, denke ich, auf jeden Fall zu haben. Bei Chelsea aktuell nicht mehr gesetzt unter Lampard. Und die müssen ohnehin einige Spieler verkaufen. Also die Verfügbarkeit ist auf jeden Fall gegeben. Die Frage ist halt nach dem Fit, ob er zu den Bayern passt. Und passen vielleicht schon, aber nicht als Stürmer, würde ich sagen. Also er ist halt eher eine hängende Spitze. Und genau das wollen die Bayern ja jetzt nicht. Das hatten sie ja jetzt schon und es hat sich gezeigt, dass es nicht passt mit einer hängenden Spitze. Beziehungsweise einer falschen 9. Und dementsprechend denke ich nicht, dass man Havertz holt. Zumindest nicht als Stürmer. Ivan Toney von Brentford ist wirklich unter dem Radar eine meiner Lieblingsoptionen. Denn er bringt wirklich alles mit. Trifft wie am Fließband. Mit ihm kann man Konterfußball spielen. Aber auch Ballbesitzfußball. Er kann da wirklich sich gut anpassen. Ist extrem kopfballstark. Trifft eigentlich jeden Elfmeter. Ist mit 27 in einem guten Fußballeralter. Und wäre so circa, ich schätze mal, zwischen 60 und 70 Millionen wert. Und das einzige Problem, was ich sehe, ist so ein bisschen sein Namen. Der halt nicht der bekannteste ist, wenn man sich jetzt mal in Deutschland umhört. Aber rein vom Spielerischen wäre das auf jeden Fall eine extrem gute Lösung. Tammy Abraham wäre eine ähnliche Lösung. Ist eben auch Engländer. Der Preis wäre denke ich genauso wie bei Tony. Allerdings ist er nochmal zwei Jahre jünger. Hat dementsprechend noch ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial. Und ist vom Spielertyp auf jeden Fall sehr interessant. Ist sehr schnell. Hat einen guten Körper. Kann die Bälle dementsprechend gut festmachen. Ist kopfballstark. Einziges Problem ist so ein bisschen sein Abschluss. Denn da underperformt er seinen Expected Goalswert schon so ein bisschen. Aber im Ganzen betrachtet wäre er auch eine solide Lösung. Hat ja auch schon mit Tuchel zusammengearbeitet bei Chelsea. Gift Orban ist ein weiteres Top-Talent. Der bei Gent spielt. Dementsprechend zu haben wäre. Für ca. 20 Millionen vielleicht. Und bei ihm sehe ich halt wirklich ein riesen Potenzial. Erinnert mich ein bisschen an Haaland. Nicht vom Spielertyp. Aber vom Ausmaß wie viele Tore er macht. Und dass er eben demnächst absolut explodieren könnte. Allerdings ist er von der Größe her halt eher ein Spielertyp wie Moukoko. Ohne jetzt die physische Präsenz vorne. Und man müsste ihn halt auch erst noch entwickeln an der Seite von Chupo Moteng. Und er wäre halt keine Direkthilfe. Und eher eine Art B-Lösung. Wenn jetzt keiner der absoluten Top-Namen hier klappen würde. Zu Niklas Füllkrug muss ich eigentlich nicht viel sagen. Wäre einfach die naheliegendste beste deutsche Variante. Da ist halt die Frage, ob er das nötige Niveau hat, was die Bayern möchten. Er wäre auch vom Preis her natürlich deutlich billiger wie alle anderen. Aber wie gesagt, halt die Niveaufrage. Auch wenn es vom Profil her auf jeden Fall passen würde. Santiago Rimenes ist ähnlich wie Orba noch ein Talent. Aber ist auf jeden Fall schon ein paar Schritte weiter. Und zerschießt aktuell mit Feyenoord Rotterdam sowohl die Eredivisie als auch die Europa League. Auch er wäre für ca. 20 Millionen natürlich eher eine B-Lösung. Der aber dann, wenn man ihn holt, auch noch einiges an Potenzial mitbringt. Und sich noch gut weiterentwickeln könnte. Mehdi Taremi wäre auch eine absolut kreative Lösung. Die ich aber ebenfalls sehr feiern würde. Er ist extrem spielstark. Performt bei Porto auf echt gutem Niveau. Auch in der Champions League macht er seine Tore. Und wäre mit 30 Jahren natürlich schon eine ältere Lösung. Auch ein bisschen schwierig. Hat jetzt nicht den größten Namen. Wäre meiner Ansicht nach für eine Ablöse von ca. 20 bis 30 Millionen zu haben. Und vielleicht die günstigere Variante im Vergleich zu Ivan Toni. Die sich aber vom Spielerprofil her relativ ähnlich sind. Petro, und damit meine ich den brasilianischen Petro. 25 Jahre alt. Spielt in der brasilianischen Liga. Und zerschießt da wirklich alles. Hat extrem gute Statistiken. Und ist auch wie Goncalo Ramos ein absoluter Killer vor dem Tor. Spielt auch in der Nationalmannschaft. Hat auch bei der WM gespielt. Die Frage ist halt, inwiefern kann er seine Form aus der brasilianischen Liga in eine Top-Liga in Europa transportieren. Und das ist halt ein zu großes Risiko, denke ich, für die Bayern. Zudem ist er jetzt auch nicht der Kopfballstärkste, trotz seiner Größe von 1,85 Meter. Auch Matteo Retegui ist eine ähnlich kuriose Variante. Spielt nur in der argentinischen Liga. Aber hat jetzt eben in der Nationalmannschaft von Italien debütiert. Und gezeigt, dass er auf jeden Fall das Niveau hätte. Zum Beispiel für Frankfurt. Für die habe ich ja ein Video über ihn gemacht. Ob er jetzt das Niveau für Bayern hat, glaube ich eher noch nicht. Weil es dann doch ein zu großer Sprung wäre. Aber auch ein interessanter Stürmer auf jeden Fall. Über Richarlison. Den Backup von Harry Kane bei Tottenham. Nicht Stammspieler. Werden jetzt vielleicht viele lachen. Ich finde aber, gerade mit Tuchel könnte es eine gute Lösung sein. Ist extrem gut gegen den Ball. Gut im Konterspiel. Auch spielstark. Das einzige Problem ist aktuell so ein bisschen sein Abschluss. Beziehungsweise, dass er gar keine Chancen bekommt. Aber ich finde, er ist vom Spielertyp her einer, der den vorhin genannten Stürmern unter Tuchel extrem ähnelt. Und dementsprechend gut wegen Tuchel funktionieren könnte. Roberto Fiaminos Vertrag läuft aus. Und viele haben ihn deshalb auch als Stürmeroption genannt für die Bayern. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt ganz. Klar, er kennt die Bundesliga noch aus Hoffenheimer Zeiten. Aber ganz ehrlich, bevor man einen Fiamino holt, dann kann man, glaube ich, auch gleich Schupomo Teng vorne drin spielen lassen. Klar wäre Fiamino besser. Aber ich denke, da sollte man sich dann direkt an eine Option wenden, die auch Zukunft hat für mehrere Jahre. Lautaro Martinez wurde auch noch des Öfteren als Option genannt. Zumindest von Fans der Bayern. Aber auch das sehe ich nicht unbedingt ganz. Der würde definitiv mindestens 100 Millionen kosten. Ich glaube nicht, dass er Mailand verlassen möchte. Des Weiteren vom Spielertyp her könnte er gut zu Tuchel passen. Aber ich sehe es einfach nicht für den Preis und glaube eben auch nicht, dass er gehen möchte. War ja zuletzt auch häufiger Kapitän. Und ich glaube, dass er eher nach Spanien oder so gehen würde, falls er wechseln wollen würde. Das war also soweit die Liste mit 25 Optionen für die Bayern, was die 9er Position angeht, wen sie verpflichten könnten. Lass mich nun gerne wissen, wen von diesen Kandidaten oder auch noch andere Vorschläge, wenn ihr welche habt, fandet ihr denn am besten? Wen würdet ihr an der Stelle der Bayern holen? Falls es euch interessiert, kann ich auch noch gerne zu einzelnen Kandidaten ein eigenes Video machen und auch noch ausführlicher, inwiefern sie zu Bayern passen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.